...Gegangen wäre, weil es nicht so der Pokémon ist. Okay, gut. Drei, zwei, eins und ein. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's-Stream-Part von Ich habe den Stream nicht offen. Zusammen mit Andreas... ...schlief. Ich habe nur gerade gemerkt, dass ich hier auch ein Meditia hätte haben können, als er das Klingflimm getötet hat. Exakt, auf der Route da oben rechts. Bleibst du ganz falsch, wir müssen eigentlich unten lang. Ähm... Okay. Gut, dann haben wir es geklärt. Sehr schön. Ähm, kurze Zusammenfassung für Eidio jetzt mal nicht bis zum Ende da war, was alle waren. Ähm, ich habe auf die Zuschauer schon mal geschaut. Ähm, das, auf welchen YouTube da. Ähm, das war, wir haben unseren Bitilili verloren. Und zwar im Pflanzenkampf im Allerblitz. Nein, warte. Oben ging Stunk Tank. Ja. Im Galaxy Hideout haben wir es leider verloren. Äh, was sehr sehr schade ist. Ähm, aber passiert, den besten uns häufiger als anderen. Und, äh, das ist besonders schade, weil... Gibt ihr uns irgendwas? Ja, okay, gut. Ja. Besonders schade, weil, ähm, äh, der nächste Oden, wie wir uns jetzt informiert haben, weil wir mal vorbereitet sein wollten, zumindest so ein bisschen Krampf ist. Obviously. Was auch sonst. Wir hätten übrigens mal Soundcheck machen können, ob wir halbwegs gleichlaut sind. Na. Egal. Irgendwann werden die Leute, kommt hier und sagen, naja, das ist eh egal. Ähm, irgendwann kriegt man die einfach Egalodonnen, dann passt das auch. Ähm, fahr dazu übrigens die Qual der Wahl. Was? Es gibt Farben. Äh, es gibt nicht Orange. Äh, es gibt nicht Orange. Fuck my life, gelb ist meistens relativ Orange. Ähm, ja, ist okay. Warst du grün genommen? Ja. Okay. Ähm, und... Meines Erachtens war treffliche Wahl. Ein Landungsstrom von Pikachu. Oh. Was ist du? Es ist schnell wie im Winter irgendwie so ein Spaßgang. Das wär mir lieber gewesen. Okay. Äh, was? Warum ist der Bugcatcher? Ähm. Ne, er sagt sowieso, wir können nicht mehr zurückgehen. Nice. Also er hat jetzt grad probiert, die Route zurück zu gehen. Also Jaja Fahrrad von mir aus. Äh, hier rein zu gehen und er schickt dann wieder in die andere Richtung. Ich fühl mich so verarscht. Yes. Auf jeden Fall. Jetzt können wir. Okay, gut. Das heißt, wir haben auch kein vollständiges Team mehr. Ähm, das heißt, die nächste Route wird wichtig. Was okay ist, weil wir dort unser Knackrad bekommen können. Ähm, wie heißt eigentlich das Knackrad im Kleinen? Hm? Klammaut. Oder so. Klammaut. Ja, irgendwo ist in die Richtung. Klammaut, Klammaut. Und, ähm, auf der nächsten Route hab ich meinen alten Ladstock verloren. Also pass auf. Es könnte hart werden. Gibt was? Ähm, ein Kleinstein. Was mein Togepi getötet hat. Ähm. Jetzt noch nicht mehr viel übrig. Der Rest war tot. Okay. Und ich wollte nicht wegrennen, weil ich noch ein Ball geworfen habe. Und das hat dann nicht funktioniert. Das war dann die Entscheidung da. Oh, schade. Mein Kämpfer-Pokémon ist gar nicht gegen dieses... Oh, wieso? Die Trauer ist wieder da. Fick dich. Naja, gut. Ähm. Es hätte auch einen neuen Plan gegen das Kampf-Pokémon. Ich nehme jetzt grad nicht zu perfekt. Ah ja, dein Vampiro ist vielleicht nicht die perfekte Wahl. Stein! Äh, das reicht nicht aus. Stein Haralds nicht umgebracht. Das scheint ein ziemlich tanky zu sein. Oder mein Onyx ist meine... Meine harte Schlange ist gar nicht mehr so stark wie ich gedacht habe. Oh no. Ist auch Doppelteam. Viel Spaß da drüben. Du machst das schon. Okay, also ich habe überlegt, Pell Pell wäre wahrscheinlich so eine Option. Ähm, mit Käfer. Das Ding kann nur Walzer. Das Gegner Fiat. Doppelteam eingesetzt? Yes. Yes, genau. Das war witzig. Du schaffst das. Du kannst dann schon mal ein bisschen in die nächste Stadt vorne wegfahren. Äh, ja. Es ist okay. Ah nee, actually. Ich hab's zum Half-Life gemacht. Okay, sehr gut. Also ich meine... Du hast den ersten Walzer. Also, das muss ich weiß. Das erste Pokémon ist Meditee. Das ist schade. Ähm, aber danach kommt irgendwie Machoro und... Ähm, also... Machoc und Lucario. Lucario wäre mit kleinen Augenlern wieder ganz gut machbar. Basically. Und wenn ich schaffe, dass Pantlea sich bis dahin nicht entwickelt, habe ich auch gute Chancen. Hast du eine Weile zu tun? Gönn dir. Das ist das fünfte Mal, dass ich... Ah nee. Das ist das dritte Mal sogar, dass ich mir fehlt habe oder so. Völlig entspannt. Sehr gut. Ich lauf dann schon mal. Äh, irgendein Pokémon hier kann Explosionen, müsste auch passen. Ähm, das hatte mein Haithaira oder so getötet. Uff. Yes, sehr belastend. Oder besonderer Doktor. Irgendwelche böse Angriffe könnt ihr auf jeden Fall. Pass auf. Mein Gott, sie können Angriffe. Nein! Oh nein! Böse Angriffe. Das sind wie normale Angriffe. Nur böse. Äh, wollen wir eigentlich nochmal kurz zurückgehen und nochmal Supertrink holen? Das ist eine sehr sehr gute Idee, da komme ich mit. Ähm, wobei mein Papinella hat Morgenkraun. Also, warum spielen wir nachts? Was? Warum fangen wir erst spät abends an, wenn ich Morgenkraun der Zeitung habe? Warum war das doch gerade sehr effektiv? Fuck! Papinella! Stop it! Was? Kennst du nicht mehr? Für was? Ich hatte einen Papinella gegen Elektroflug. Papinella ist doch Kieferflug. Flug? Kieferflug. Wieso ist das für ein Flug? Weil zu fliegen kann er es auch nicht haben. Aber wo du hast es kieft? Scheiße. Okay, dann ist ja richtig gut hier in die Kampfpokémon, dann ist ja alles easy. So halbwegs. Wenn es bis dahin überleben sollten. Und du es nicht irgendwo random umbringst. Was leider sehr wahrscheinlich ist. Oh, contemmit. Ich hasse es. Warum so schnell meine Pokémon so schnell, wenn ich dumm spiele? Hm. Weiß ich auch nicht, was. Okay, Kleiner, 23. Der müsste sich bald entwickeln, auch Kapapi sollte irgendwann dann endlich meine Meinung sein, dass eine Entwicklung ist am Überleben. Ich habe hier dann auch einen Steinstein. Oh, ist das dieselbe Mechanik wie bei XY mit dem Beschleunigen? Dass du erst ein bisschen Energie sammelst? Ne, du hast zwei Gänge. Stand da. Achso. Okay. Ja. Ja. Gut, habe ich. Ist in Ordnung. Wenn nicht mehr. Ach, ich hatte halt nicht im Kopf, dass Papi näher Typ flug ist. Das ist in der Tat korrekt. Gut, warte. Gestein, Boden, Danke. Pflanze, Gift. Wasser, Kampf. Gut. Kleiner Rundown vom Team. Das ist immer mal wieder wichtig, up to date zu sein. Das hat sich ja so viel geändert in den letzten. Ich habe auch in den letzten sechs Stunden Papi näher nicht benutzt. Daher ist es, das ist allgemein. Ich meine, ich brauche mich nicht aufregen dafür, dass du keine anderen Buckehungen benutzt. Benutzt nur eins. Ich habe Bucke dich drüber, ich kann jetzt ein Buckehungen. Was hab ich dir gesagt, dass du das machen solltest? Hast du überhaupt nicht. Irgendwie sitzen tausend Schritte. Bestimmt vor dir. Wie kann ich das ganz groß machen? Kann ich das wechseln? Ah, nochmal R drücken. Äh nochmal R drücken und dann auf den roten Knopf. Okay. Ich glaube, die Teamlose ich versuche halbwegs sinnvoll. VM-Attacken, das sehe ich ein. 19, 10, ja. 16.600 Stunden, also ich habe 5.600 Stunden weniger. Aha. Aber das wahrscheinlich... Du bist einfach langsamer. Ich weiß nicht genau, wie immer die Zutraulichkeit steht. Wahrscheinlich einfach draufklicken, oder? Ja. Ja, guck mal, das springt nur. Das springt nur. Das springt nur. Die springen alle nur. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, das macht nichts. Sehr belastend. Warte, vielleicht hier? Ja, das habe ich hier auch überlegt. Die springen auch hier nur. Warum habe ich zwei Spring-Apps? Ich weiß es nicht. Komme ich vom Springerverlag? Hallo? Das ist deine Meinung drüber bilden. Äh, vielleicht kann man das auch einfach nur... Warte, ja, genau die Anzeige wollte ich haben. Stimmt, wenn man mehrfach klickt, ist das mit Zahlen durchgehen. Ich erinnere mich. Ähm. Äh, wenn du mehrfach klickst, ganz schnell hintereinander, siehst du oben noch die Zahlen durchgehen. Und das hat sich immer diese Animation vom Bildschirm runtergehen. Das heißt, wenn du weißt, zu welcher Nummer du willst, kannst du einfach durchstammen. Ah, genau. Ja, genau. Warte, jedes Spiel bei... Äh, Bedroher. Gottdammel. Schade für deinen Nagern-Pokémon. Ähm. Ne, auch hier steht es... Ich glaube, ich wunschere es trotzdem. Ich wunschere es nicht! Weil das Bedroher hat krass. Oh, das tut mir aber jetzt so leid. Ne, okay. Ähm. Kross. Interessant. Wie, wie konnten wir uns auch auf eine Stelle legen? Hä? Ah, okay. Das wäre es leicht gewesen. Gott. Dann keine Ahnung wie das geht. Aber es ist auch egal. Ich meine, das braucht man ja auch nicht. Es ist ja eine schöne Überraschung, wenn jetzt auf einmal plötzlich, äh, selber kein Baby mehr sein möchte. Es ist 22. Es kann ruhig mal ins T-Rail sein. Passiert, dass es nicht alter ist. Wir haben das immer als alter gesehen. Wir haben auch zu einem Kumpel von uns gesagt, der eindeutig eine Kindform als Haarstyle hatte. Ohne Scheiß. Stimmt. Stellt euch eine Kindform vor. Und dann dieses Graue auf dem Kopf, das hatte er als Frisur. Hat er auch nur einmal, weil wir danach gesagt haben, dass er auf Level 30 leider dick und fett wird und nach 50 dann fliegen lernt. Das war Andreas' Idee. Musst eine weitere Überlegung. Verstehen wir es ja weiter. Warum ist das nicht? Warum? Jedes Mal, wenn ich dich sehe, hast du dieses Scheiß-Bellbild draußen? Weißt du, was gegen ein Vieh ist, was Scheiße ist? Was ist los mit dir? Ich wollte es gerade trainieren, dass die Gegner scheiß Pokémon haben. Dafür kann ich nichts. Das tut mir halt leid. Das war einmal Elektro, einmal Feuer. Und ich habe ja gewechselt. Ich weiß ja, dass es kacke ist. Jetzt. Ich glaube, das ist das eheste, wo wir sterben werden. Dass wir irgendeine Type-Combination mit Schwäche und Stärke nicht kennen und einfach deswegen drauf gehen. So, keine Ahnung wie jetzt, als es viel wird effektiv gegen Steinboden. What's happening? So in die Richtung. Was sehr sad sein wird. So ein Staradilly. Ah, es ist ein Staradilly. Danke dafür. Ich wechsle mal kurz mein Papinella da hinten. Das muss ja dann nicht sein. Komm mal kurz her hier. Scheiße, als wäre Käferflug auf dieser Ebene. Das, was du nicht haben solltest. Aber wenn der nächste Unkampf ist, ist das sehr unfair designt. Wenn wir genau trainieren. Oh gut, bisher haben sie immer das trainieren, das, was wirklich perfekt ist. Also, kann man auch einmal den EP-Share sinnvoll nutzen. Wenn man es so formulieren möchte. Oh, Herr Rokzuki. Oh nein. Dieser eine Schaden. Ein Kleinstein ist abgefallen. Irgendwie aus Kleinstein, die einfach nur sich denken, wir machen eine große Figur. Wir machen eine Polonaise. Geh Wäse. Und Bonita. Ich hoffe, du weißt übrigens, dass mein Pell Pell, äh Warmbaum meine ich, mein Wegwerf-Trash-Pier ist. Das wäre sehr verbunden, wenn du es nicht wegwerfen würdest, bevor wir im dritten Oden sind. Das ist mir egal. Dann kannst du uns in die Trolle treten und zweimal durchwirken. Ist in Ordnung. Aber bis dahin wäre es nett, wenn du überlebt oder ich jetzt noch ein Flug-Pokémon wiederbekommen. Wir haben noch ein paar Optionen. Oder Psycho-Pokémon. Oder irgendwas, was sinnvoll wäre. Somehow. Der hat Widerflug-Pokémon, ne? Ja. Es ist sehr gut, wenn ich etwa so auf dem Mikrobildschirm fünf Sekunden Vorsprung habe und die Zukunft sehen kann. Hallo Siri. Spoiler. Ja, wir sind gerade noch beim Witcher-Schauen weiter. Ähm, wir haben ja, als Andreas sich letztes Mal hier mal die erste Staffel gesehen. Jetzt ist die zweite draußen, wie Netflix unverkennbar mir mitgeteilt hat. Das war sehr nice. Ich wollte eigenständig Netflix ins Gucken. Und es hat einfach von alleine die Witcher-Rübrik gestartet. Das 15-Minuten-Ding. So, danke nach Netflix. Ähm. Stein. Stein. Wie ist das die Folge? Drei? Vier? Jakia ist zum ersten Mal wieder aufgetaucht. Zehn von Zehn Folge. Ab jetzt ist Witcher wieder Witcher. Scheiß auf Witcher. Ich brauch den Baden. Yes. Okay, Stein Ravial. Let's go. Die wollen jetzt aber auch mit Ansage mich noch häufiger den Scheiß-Pongel töten lassen. Sieh dir, was du angerichtet hast. Hundertmal. Fühle dich schlecht und sterbe. An deinem Guild und so. Und den Ruckzuck hebst, die sie mir ins Gesicht werfen. Ja, wir haben relativ genau denselben Kampf gerade. Du hast den Kleinstein, yes. Ich glaub ich hab hier drei Wochen Zugips abbekommen. Ich weiß auch nicht, warum ich das denke. Ich hab da so'n Gefühl. Oh ne, nimm mal eins. Jetzt zieht sich zwei KP an. I'm, I'm impressed. Aber das ist ja auch ein starker Bier. Das ist stark. Jetzt müssen wir uns mal sterben. Das ist Giftjob. Hm. Von Baumbaum. Ja. Siehste, der wird voll sinnvoll. Giftjob macht mehr Schaden, wenn die Knapp vergiftet ist. Das ist vergiftet. Das ist ein nice Combo. Siehste, der ist gar nicht mal trash. Der ist voll wichtig. Dann kannst du die Top 4 erledigen. Im Alleingang, wenn du genug Top-Beleber hast. Und Level 100 bist. Und nicht 100 Top bist. Jawoll, der wird endlich erwachsen als Teenager. Let's go! Ich will nicht erwachsen, es wird erstmal ein Teenager. Das darfst du nicht vergessen. Ein 23-jähriger Teenager. Mit Auf... Manche Leute müssen bleiben einfach jung, Andreas. Und fangen nicht an, vor grad sein Haare zu verlieren. But hey, das ist außer mich. Okay, hey Rosalia, gönn dir. Die Rosalia, die mit klarem Wasser aufgezogen wurden, sind für ihre Blüten bekannt, die in leuchtenden Farben erstrahlen. Da hab ich grad so eine Zuchtfahne im Kopf, wo einfach nur so mehrere Wasserfelder dastehen, wo sie ja da angekettet ist, oben im Glashaus drüber, und sie nicht sich bewegen können, nur um ihre Blüten so schön wie möglich werden zu nass. Und die werden abgeschnitten. Was? Und natürlich abgeschnitten, ja. Klar, was sonst? Brauch ich ihre Arme nicht mehr. Riechen ja nur schön. Giftstache, das klingt gut. Das ist ein Männchen, das passt. Siehste, sag ich doch, der ist ein Teenager. Dann musst du auch eine Kugelsaht auch drin lassen, die Hinti. Und Wachstum auch. Die haben ein Wachstumsystem, was das weg hat. Ich meine, die Strauchler passt, das ist halt, ne, mit Giftstache darf es auch Strauchlern. Die Kugelsaht ist auf jeden Fall mit dabei. Seh ich ein. Wo er das Samenbombe hat, Bregallion, oder wie das Pflanzerstarter aus XY hieß, irgendwann gelernt. Was auch sehr nice war. Wenn du so eine große Schildkröte hast, auf vier Beinen, wie sich denkt, Samenbombe! Mach halt! Gönn den! Das war's heilige Liege. Jetzt war's heilige Liege. Ich bin immer noch irritiert von dem rot leuchtenden Hintern. Das sind für alle, Andreas. Außer die Zuschauer nicht. Das glücklicherweise nicht zeigen muss. Lernt Onyx irgendwann Bodenangriff. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es in dieser Edition ist. Das kann durchaus sein. Das kann auch nicht sein. Okay. Winschnitt ist ganz gut. Äh, guck mal, es kommt sogar Winschlos! Ah, guck mal, es sind fünf Wochen! Stimmt, klar, es war Winschlos voll Sinn und so. Mhm. Ich wollte jetzt grad sagen, hat's endlich seine erste Flugattacke gelernt. Aber ich tot, ich bin einfach blind. Ja. Weil ich habe auch die Brille nicht auf. In der Tat, das ist scheiße. Mit jeder Aussage fühle ich mich älter, hatte ich mir schon erzählt, dass mir ein Kind, ein zwölfjähriges Kind in der Bahn inzwischen, seinen Sitzplatz angeboten hat. Und ich ihn annehmen musste, weil es auch bestanden hat. Ich fühle mich so alt. Die Geschichte wird, im Gegensatz zu mir, nicht alt. Ah, fuck, Ging, ich will ein neues Pokémon fahren. Oh no, nicht so ein Fries. Bring damit. Ich habe gerade gemerkt, dass bei meinem Onyx, wenn ich den Ball rauskommen lasse, die Explosion genau am Schwanzende ist. Okay. Habe ich irgendwie weiße Blasen oder sowas, was nach oben gehen kann? The Statik wird. Danke. Du fährst da nochmal zurück, warum, wie jetzt? Yes. Pikachu ist einfach nur nervig. Egal ob du mit dir, ob du das Vieh hast, ob du gegen das Vieh bist, es ist einfach nur so ein Scheiß Vieh... Oh hey, deswegen komme ich dem Stream, schon wer Ton. Was ist mit dem Ton los? Falsches Mikron... Neee... Das ist ein sehr hysterisches Lach. Das ist ein sehr soansaggers erst mal ausgeschaltet. Warum ist das eigentlich immer als Kacke eingestellt? Okay, TestTest321, sind wir jetzt besser? TestTest321, hallo? So, äh, besseres Mik? So mit so einem Thema, wir hätten vielleicht nochmal einen Tontest vorher machen sollen. Ähm, aber es ist ja egal, das passt schon. Yes. Äh, klarer, aber leiser. Yes. Ähm, das ist absolut korrekt. Ach, fuck, ich habe jetzt Windows 11, jetzt sieht alles anders aus. Äh, ist das ein Echelon? Oh mein Gott, das on-stream zu machen, ich spame einfach alle, passiert nix, ne? Shinehooks, ja, ja, das sollte funktionieren. Ähm, ja, aber das andere habe ich vorhin noch abgeht. Siehst, das ist Shinehooks, easy. Äh, Sound. Oh, da bin ich schon. Mono, Microphone, ich hätte gerne... Ah, deswegen hat es das noch umgestellt, weil ich jetzt halt bei dem anderen bin. Und jetzt kann ich hier die Lautstärke erhöhen. Habe immer noch nicht allzu viel Rauschen, okay. Jetzt sollten wir lauter sein. Äh, äh, Discknife, ich vertraue voll und... Oh mein Gott, wir übersteuern hart. Ähm. Ich mache uns mal auf die... 88 ist immer gut, zumindest wenn wir in der Mikrofon-Lautstärke. Da knarrt es so leicht, aber eigentlich ist es noch ganz okay. Oh no. So, okay, Test, Test. Wir übersteuern nicht und wir sollten lauter zum Spiel sein. So, äh, dann. Sehr leise, ich verstehe meine Nachtbar auf dem Balkon besser als euch. Und die reden türkisch. Oh no. Sehr hart, oh no. Jetzt sollte es besser sein. Äh, lauter. Der Spiel ist die, die zahlen sind zur Schneider ein. Perfekt. Okay, noch 50 Prozent lauter oder passt das so? Ich kann es noch so ein kleines bisschen lauter drehen. Das Problem ist, dass das nicht linear geht. Das wäre ja sonst langweilig. Äh, laut den grünen Balken sollten wir jetzt gut sein. Das macht Sinn, dass es nicht linear ist. Ja, Dezibel halt, wa? Ja. So logarithmisch. Deswegen ist es gegen Ende auch sehr, sehr schwierig. Ähm, passt das so? Wir könnten ein Mikrofon zwei Millimeter näher rannehmen. Das hilft eigentlich auch immer nicht. Jetzt halt sperr mich mal weiter A, wenn der um die mich kämpfen möchte. Äh, gut. Gut ist gut. Na, 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 na. Hat der gerade was von Ficken gesagt? Äh, übrigens hier ist eine neue Route, ist mir gerade aufgefallen. Ja, ist über uns. Das, du hast einen Ponita? Ich hab einen Ponita. Okay, ähm. Gönnst du dir das, oder soll ich das holen? Weil ich hab kein Feuer-Pokémon. Es wäre sinnvoller, wenn du das Ponita nimmst. Okay, das heißt, ich nimm das Ponita und du nimmst das, was als nächstes kommt, oder? Das erste Vieh, was cool aussieht. Okay. Kleinsteig, Relation. Ich hab schon Stein. Kleinsteig, warum nicht? Okay, sehr gut. Ähm, ich kann auch noch das Mikrofon nochmal zwei Millimeter reinnehmen. Hm. Fuck, da hat die Kamera sich bewegt. Das ist korrekt. Ja, besser. Ja, alles easy. Ich hab mich selbst aus der Kamera gerückt. Dresen muss kurz ein kochen. Äh. Ne, ich muss... Du bist halt draußen zu stehen. Ich geh ja schon. So. Okay. Jetzt muss ich eigentlich passen. Äh, es gibt natürlich, äh, in den Büschen unter der Brücke Skorklar. Oh, es gibt Skorklar. Und du hast einen Bronzong. Das ist ein Psycho-Pokémon und ein Psycho-Stahl. It's still cool. It's still cool. Ja, okay. Dann hol dir das Bronzel. Und ich hol mir... Wie gesagt, von dieser wäre ganz geil. Wobei, es ist Grotter. Du hast gesagt, es ist Psycho-Stahl. Das heißt, ich kann Stein. Ja, Schau-Gesieb, solltest du überlegen. Du bist zwölf Level drüber. Warum bist du zwölf Level drüber? Level 27. Chill. Äh, warte, 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 Angeberei. Ich mach mal Felsgrafen. Äh, yes. Nicht erlernen. Okay. Ähm. Paar Wumms. Ja, ja. Begrenzer. Begrenzer ist, du kannst die Angriffe, die er hat, nicht einsetzen. Ah, okay. Das ist absolut sinnlos. Ja, außer haltet ihr so eine Mirror Match-Up, was das nicht so häufig passiert. Hey, jetzt hätten wir drei Himmels-Sticker gegeben, weil mein Fahrrad so toll ist. Wie viel Stoß? Ah, ja, das war unlicht. Hat es dir auch die Himmels-Sticker gegeben oder ist es von der Fahrradfarbe abhängig? Himmels-Sticker auch. Okay, gut. So, ähm. Also Panita wäre eigentlich ganz geil. Wenn hier wir uns wirklich scoreklar kommen, wäre es auch super. Aber ich will auch nicht Ewigkeiten suchen. Also Panita nehme ich auch. Ah, okay. Das hast du. Das nehme ich nicht. Ist in Ordnung. So, jetzt die Frage, ob es Pronita wird oder Bronla. Pozong. Pozing. Das ist alles komisch. Panzel. Okay, das macht absolut gar keinen Damage. Ich glaube, ich renne einfach weg mit meiner schnellen Schlange. Das ist relativ easy bei dem Vieh. Und... Und... Ich will jetzt von Bronita. Bron... Ah, zur Beise. Das wäre noch mal ein Kifferpunkt, aber darauf habe ich keinen Bock. Das ist eigentlich doof. Nee, zur Beise nicht. Nee, zur Beise nicht. Ähm. Das katapultieren wir einfach ins nächste Leben. Welche Route seid ihr? Die. Äh, die unter dem Fahrrad halt, ne? Das... Unter dem Fahrradweg. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Willst du nicht warten, bis ich vielleicht einen Scoreklar kriege? Das würde ich auch noch mit annehmen. Also, nur für den Fall der Fall. Hat der gerade einen Volltreffer? Hat der Absorber eingesetzt? Ah, okay. Ist... Ist... Au! Fast tot! Au! Could you fucking not? Äh, okay. Ich habe auch nichts gegen das Vieh wirklich da. Wobei Absorber schon nice wäre. So. Ah, ne. Ich habe Pflanzenpopo und Eisenhorn. Ich war gerade sehr irritiert, ob deine Aussage, okay? Ist okay. Äh, wenn Käfer, dann Hornweisel. Das stimmt. Hornweisel wäre auch ganz geil. Ähm, das haben wir übrigens bei unsere Überlegungen mit sinnvollen Käferpokos nicht bedacht. Hornweisel ist auch ganz gut. Immerhin vergiftet. Jetzt hoffen wir mal, dass ich mehr Schaden mache als... Oh, das war... Naja. Naja. Das ist ungünstig, aber ich meine, wir haben ja... Das Giftstache ist halt physisch. Das ist auch ein Problem. Du bist definitiv, ne? Äh... Ja, 208. Das kann sehr gut sein. Wir waren vorhin irgendwann 206. Du brauchst definitiv... Ja, einen Spezialangriff auf der. Ja, okay. Ist in Ordnung.